Lieber Gott, mach, dass Sie uns ansprechen. Hey, Moment, wartet mal. Habt ihr schon was vor für Samstag? Och, ich weiß noch nicht. Hier, ruf mich heute Abend an. Geschafft! Was soll ich bloß anziehen? Mit einem jungen Gen, das heißt, ihn auf den Mund küssen. Sally. Sally. Vielleicht hat er dich nicht erkannt. Euch ist es ganz egal, ob ich glücklich oder unglücklich bin. Was hat sie denn? Sie ist 13. Oh nein, keine Wederlichkeit. Du bist die Siegerin, vergiss das nicht. Ich bin abgehauen.